Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir eine neue Haushaltung und zwar repariere beschädigte Teleskope. Fünf Stück müssen wir machen, 24.000 XP kriegen wir. Und ja, am besten ihr spielt den Gruppenkeimmodus hier. Ja, denn ihr müsst immer, glaube ich, 20 Metall ausgeben und ja, dann habt ihr halt direkt 150 und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich und wir in einer Runde sind. Bis gleich. Ja Leute, hier sind wir schon in einer Runde und der erste Ort auf jeden Fall ist bei den Leuchtturmen über Delta Stronghold. Auf jeden Fall ganz genau hier auf der Karte. Hier ist der erste Ort. Hier kann man schon sehen ein Teleskop und neben so zwei Stühle ist dann so ein Stein. Ihr müsst da, ihr kennt es glaube ich, sehen, interagieren und 20 Einheiten Metall verwenden. Ich sage, spielt den Gruppenkeimmodus, denn ihr habt da so ein 150 Metall und dann könnt ihr halt direkt verwenden. Und wenn ihr in Solo halt spielt, dann müsst ihr halt da hingehen, die ganze Zeit zusammen und ja. Auf jeden Fall, das ist der Teleskop. So sieht er aus und ja, da gehen wir ihn mal und zack. Ihr könnt es sehen. Eins von fünf und jetzt steht da irgendwie und jetzt guckt er zu den Himmeln. Leute, der Ort auf der Karte ist ganz genau unten hier bei diesem Schneeberg, sag ich jetzt einfach mal. Und ja, da ist das Teleskop. Ich kann es nicht einsammeln, Leute, weil ich das gemacht habe. Und ja, ich würde das einfach nur vorzeigen, aber auf jeden Fall. Es kommt bei mir nicht an, aber ihr seht es, er hat irgendwas eingesammelt. Es ist, der erste Teleskop ist auf jeden Fall hier. Ihr müsst 20 Metall ausgehen, deswegen sag ich ja auch, spielt den Gruppenkeimmodus. 20 Metall müsst ihr ausgeben. Auf der Karte, wie gesagt, ganz genau hier. Und Leute, kommen wir zu dem dritten Ort und zwar auf der Karte ganz genau hier neben Korki-Clave. Und ja, vielleicht, dass wir in der Sonne sind, dass es so ein bisschen verwischt ist. Vielleicht, dass ihr nicht gut sehen könnt. Aber ich hoffe, dass ihr es gut sehen könnt. Und zwar der nächste Teleskop, wie gesagt, habe ich schon gezeigt. Hier direkt interagieren. Und zack, haben wir drei von fünf. Und ja. Und Leute, das ist hier der letzte Ort auf der Karte. Ganz genau hier. Hier. Und diesen Ort hier. Auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall der letzte Teleskop. Hier, er hat sie gerade eingesammelt. Und da braucht ihr wieder 20 Metall. Und dann habt ihr auch, also interagieren. Dann habt ihr auch abgeschlossen. Ich hoffe, dass ihr dort euch geholfen habt. Gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst gelockert. Jetzt kann ich das nicht mehr verpassen. Und ich würde euch sagen, das war schon ein Video. Und schau. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss.